hallo und herzlich willkommen liebe freundin zum wohl epischsten spiel was uns die gaming welt jemals gegeben hat na ok es ist gelogen ja trotzdem es ist mega episch und zwar zu south park the stick of truth ich bin der basti und wir werden uns heute an die nebenmission schmeißen ich hab da schon mal was vorbereitet ich hab da mal was vorbereitet wie robin so schön sagt und zwar werden wir einmal hier kevins ipad suchen und das letzte teil vom schweinebärwandsensor anbringen und ja ich denke mal craig er hat noch ein bisschen zeit das ist ein bisschen her dass ich das letzte mal gespielt habe ich glaube ein bisschen kann ich mich noch daran erinnern die nächste zeit quest ja gut dass wir auf dem weg zur kirche sind wofür das ist so geil wofür 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 Schade, macht er nicht. Wie kann ich nur mal rennen? Oh geil, wir können in die Polizeistation. Nice. Na komm, da gibt es bestimmt einen hier. Voll gut. Ey, ich möchte mich mit einem von euch unterhalten. Hallo? Gesundheitstrank. Nice. 2H-Bleisstifte. Nice. Top ausgerüstet. Jetzt kein nächster Diktatwettbewerb. Komm. USB-Stick. Tempotrank. Penis-Phantombild. Alles klar. Alles klar. Gegen einen Überwachungsstaat. Kann ich den... Oh. Nice, da kann man rein. Fett. Come on, a quieter day. I'll take you on a ride along. I'll be way more careful than I was with the last kid. Okay. Na du? Hey, kid. Find the key and bust me out of here. Kriegen wir hin. Bist du für einer? You don't talk, huh? Me neither. That's why they won't let me out. Ja, dann holen wir doch mal die Schlüssel, ne? So. Wo kriegen wir die Schlüssel denn her? Ach, bitte schreit jetzt nicht so rum. Das hört man aber gar nicht. Ich hoffe zumindest, dass man es nicht hört. Wir müssen die Schlüssel finden. Ein neuer Freund ist im Anmarsch. Hi. Was mir war. Freunde der Sonne. Da! Ein schön Pokémon. Okay. Eine Hand. Der Linkshandmörder. Er hat wieder zugeschlagen. Fett. Awesome Truhe mit awesome Loot. Bandit. Batschatten. Blitzerschmuck. Die überall Schamhaar umfugen. So, dann schauen wir doch mal. Ach, das ist die Mysterion Cola. Schauen wir doch mal, was wir hier bekommen haben. Okay. Yeah. Drei Tage wach, oder was? So. Den Kram spawnen wir alles nicht. Gut. Ich hätte aber trotzdem gerne den Schlüssel, wenn ich bitten dürfte. Da muss er doch drin sein, oder? Toilettenpapier, alles klar. Ah, guck mal da. Passt. Einfach zu gut. Oh. Das war sogar so gewollt. Right. Oh, bitte, lass uns was davon mitnehmen können. Bitte, 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 bitte. Ich will so einen Helm und so einen Tonfahr. Da, Schlüssel. Nice. Ich hoffe mal, das Spiel ist auch laut genug. Merchandise Exit. Nach dem Token. Nein, 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 nein. Nicht raus. Ich will wieder rein. Das ist doch schon wieder scheiße hier. Aus dem Weg. Token hat was geschrieben. Token hat etwas geschrieben, liebe Freunde. Feuersche 2 ist draußen, Jungs. Die haben 250 Millionen dafür ausgegeben. Das wird echt genial. Alter Schwede. Der zählt immer noch. Alles klar. So. Ei. Ah, so gut. Okay. Mach das. Ratschnitze. Tränen. Geil. Boah, wir sind voll der harte Typ. Pass mal auf. Warte. Pass mal auf hier. Boah, fett. Aber wir haben so keine. Aber wir haben unsere geilen Augenringe nicht mehr, ne? Ach komm, egal. Das lassen wir mal dran. Goh, dann lassen wir auch einfach dran. Ne, das ist ein Brille. Tragen wir nicht. Der sieht voll geil aus. Auf den Weg, wir müssen Jesus, auf den Weg, Jesus zu finden, meine ich natürlich. Wir sind auf dem Weg, Jesus zu finden. So. Wir sind auf dem, auf der Spur. Wie die Eltern sind weg. Wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein? Erstmal Vandalismus hier. Erstmal so ein Polizeifloch kaputt hauen. Ja. Bam. First Hit-Kollege. Easy. Scheiße, wie kann man nochmal kämpfen? Äh. Let's go, asshole. Äh. Alles klar. Luschenbogen, keiniges. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ne? Blitz. Aber der hat viel Rüstung, der Kollege. 37, alles klar. Ha! Ausgewichen. Angriff erhöht. Ach, du bist der Konter-King hier. Ha! Bam. Ausgewicht, wie ein junger Gott. Ne. Du gehst mir momentan ein bisschen mehr auf den Sack. Hat man da noch Worte, äh, Wörter für, Wort für? Bin momentan irgendwie nicht so ganz dabei. Hey, Baud. Ha! 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 Hahaha! Kanada ist im Norden. What the fuck? Lass mal das iPad suchen. Danach können wir Jesus suchen. Ohoho! Ja! Der Hollywood-Band. St. Petrus das Kaninchen! Geil! Geiler Scheiß! Können wir was machen? Glaube noch. 12 plus 1. Leine in Jugendgröße. Alter. Alter, okay. Aber, warte mal. Der Bart. Der springt mich grad so um. Boah, der hat's geil. Boah, der ist mit dem Tränen-Tattu kommt ja schon krass. Muss man mal sagen. Wo haben wir denn das iPad hingeschmissen hier, Kollege? So richtig. Tihihihi. 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 Wie geil! Da ist Jesus! Tihihihi. Komm mal her, du! Komm mal her, du! Vulkania-Nähe in der Nähe. Suche im Gebiet in der... Um die Kirche nach Kevins... Um die Kirche! Alles klar. Hat die Kirche vielleicht noch einen Hinterausgang? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier gab's keinen Ausgang, ne? Oder konnten wir irgendwie aus dem Fenster springen? Können wir die Lampen runterholen? Nee. Oder? Nee. Doch. Nee. Schade. Booty! Das war nur ein Baum, alles klar. Das war nur ein Baum, alles klar. Oh, da ist ein Kind. Dieses Ort ist schmerz und schrecklich. Was, wenn du mich nie gefunden hast? Tja, dann wärst du wofür immer da geblieben, würde ich mal sagen. Zwei von sechs Kindern, alter Schwede. Hast du bei dem Baum gesehen? Hast du bei dem Baum gesehen? Nein. 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 So. Wo ist dieses verfluchte iPad? Bah! Ich kann es taste. Hehehehe. So muss der auch sein. So muss der auch sein. Wo fliegt denn das scheiß iPad rum, man? Wadda, es geht mir aus dem Weg. Was gibt's denn hier? Hier kann man doch bestimmt auch ein, oder nicht? Was, ich finde diesen scheiß iPad nicht. Gebet um die Kirche. Ah ja, Pech für ihn. Wir gehen jetzt erstmal zum Priester zurück. Mal schauen, was wir dann von ihm bekommen. Schade. Das ist aber mein Job, welche zu essen. So. Die Internetsearch wird sicherlich mit seiner Firma geworfen. Erinnere mich. Wie? Haben wir jetzt nichts? Finde Jesus echt jetzt? Oh, nee. Jawoll. Jawoll. Pass auf. Boah, jawoll. Wir haben richtig Erfahrung, Freunde. Wir haben alles auf der Welt schon mal gesehen. Leck, komio. Keine Ahnung, ich habe aufgehört zu zählen. Nein, man hat Spaß. Da müssen wir hin und da müssen wir hin. Gib Elgort Bescheid. Ja, würde ich mal sagen. Machen wir uns immer einen Weg. Da vorne war die... Aber zuerst mal zu Mr. Slave, um mir das Paket zurückzubringen. Lass uns, glaube ich, nur Quests abgeben. So. 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 Wo müssen die Mr. Slave? Da. So. Liebe Freunde. Mr. Sklave, du geile Schnitte. Hier ist er. Da. So. Dann wollen wir mal hier einen erzählen. Gib mir dein Lut. Danke, Kind. Meine Nacht sieht jetzt ein bisschen besser. Hier. Wenn du meine Hilfe brauchst, benutze das. Ich kann mich nicht helfen, mit den schweren Fällen, aber ich will nicht eine Fissure. Komm zurück und find mich, wenn du mich wiederholst. Aber gib es einen Tag. Ich gehe zu viele Partys. Jawohl. Wir können Mr. Sklave rufen. Die Rohlederpeitsche. Alles klar. So. Dann mal ab zu El Gore. Was der uns wohl gibt. Ach komm. Ja, die nehme ich noch mit. So. Du wirst du jetzt direkt. Zack. Der verbränd jetzt gleich. Aber die Musik ist so geil dabei. Das war nicht so schlimm. Tschüss. Und du auch. Ich hoffe, dass sie nur schlafen. Easy. Ja, wenn du mit scharfen Pfeilen auf die schießt. Du hoffst, dass die nur schlafen. Okay, Batas. Du bist ein guter. Du bist ein guter. So. Aber ich sehe gerade, zu El Gore gehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ich hege. Untertitelung des ZDF, 2020